Jetzt gibt es noch was für ein Winke-Erbchen, ihr Ladies, ich weiß, das macht der eine oder anderen Dame Probleme, deswegen gibt es hier eine gute Übung dafür. Tipps an der Bank könnt ihr zu Hause an der Badewanne machen oder natürlich auch am Stuhl oder an jeder Bank. Und dann bist du waagerecht nach oben Drehzahlstrecken oder nach oben aushalten.